Was wünschst du dir für Oberkirch? Was würdest du dir cool finden? Was würde dir das Leben in Oberkirch verschönern? Ich wünsche mir einen Badestrand beim Saureausfluss. Ich wünsche mir, dass ein Biber in Zora kommt leben. Dann eine Biberfamilie in Zora kommt leben. Ich wünsche mir, dass die Kulturkommission zum Funktionieren kommt und selten freischaffende Künstler in der Gemeinde sammelt und mit ihnen etwas macht. Ich wünsche mir einen offenen, lebendigen Dorfplatz. Wir brauchen für eine Zukunft des Überlebens unserer Natur der Menschen mehr alternative Stromquellen. Ich denke jetzt einmal an die Solarenergie. Ich träume davon, dass es in Oberkirch eine Genossenschaft gibt, für Solarenergie zu produzieren, dass man mit den Gemeinden zusammen und Privaten Geld zusammenbringt und Orts sucht, wo man Photovoltaik installieren kann und das genossenschaftlich betreiben und den Strom beziehen. Ich möchte, dass es eine Turnhalle gibt, die man einfach so brauchen kann. Ich möchte, dass es eine Blumenwisse gibt, die Insekten daran riechen können. Ich wünsche mir einen Naturspielplatz für Kinder und einen schwinglichen Wohnraum. Ich würde es cool finden, wenn es in Oberkirch ab und zu mal eine Disco gäbe. Ja, ich wünsche mir für Oberkirch, dass es in Zukunft möglich ist, dass alle Kinder, die wollen, auch ein Skilager teilnehmen können. Ich wünsche mir für Oberkirch, dass die Natur möglichst viel Platz überkommt. Ich wünsche mir, dass es auch für die Menschen Platz hat, wo sie sich wohlfühlen können, gerade in der Natur. Ich wünsche mir, dass es Platz hat für alle Menschen. ob reich, ob arm, ob Schweizer, ob Migrationshintergrund, ob jung, ob alt. Und sie so können leben, wie es für sie stimmt. Und alle dazugehören und können mitbestimmen. Und ich wünsche mir für Oberkirch, dass es möglichst viel in Oberkirch hat. Damit man nicht zu weit fahren muss, um irgendetwas einkaufen, oder den Doktor, oder dass es die wichtigen Angebote in Oberkirch auch gibt. Dass die Infrastruktur im öffentlichen Verkehr weiter ausgebaut wird. Und diese Angebote mit dem Elektrofahrzeug, Carsharing, weiterhin geht. Tierarzt. Äh, für Tiere. Eine Blumenwiese. Ja. Also ich fände es cool, wenn man den Jugendraum in den Pfarreien vorne wieder einrichten würde und wieder etwas auf die Beine stellen würde. Ich fände es riesig schön, wenn man in Oberkirch einen Park hätte, wo man sich treffen kann. Das Zentrum. Mit Bänkchenbäumen. Mit etwas Grün. Wo man auch mal einen Anlass machen könnte. Von draussen. Und wo man sich trifft in einem Dorfzentrum. Ich wünsche mir für Oberkirch, dass endlich in der Luzerner Straße 30 km h Höchstgeschwindigkeit gelten und somit eine verkehrsfreuchte Zone ist. Ich wünsche mir für Oberkirch einen Pump-Track. Ich wünsche mir für Oberkirch, dass die neue Brücke von der Autoverkehr wieder gesprennt wird. Ich wünsche mir einen Begegnungsort für Gross und Kleine. Anstausende Methoden. Ich wünsche mir die Idee ein paar Seven-Floge. Ich wünsche mir die Schnauze Shuttle. Das war bei mir keinem Entschenschlaf. Ich wünsche mir den Kopf vor einem ersten Kind und jetzt sei noch einmal. Ich wünsche mir den Kopf um die Wachst Emergenz.